Willkommen bei Easy Power von Toro, einer kompletten Serie modularer leiser Gartengeräte ohne Abgasemissionen eines benzinbetriebenen Produkts. Seit mehr als 100 Jahren werden Toro Produkte von Rasenpflegeexperten getestet und freigegeben. Ganz neu präsentiert Toro seine neue akkubetriebene FlexForce Produktfamilie, die einen Rasenmäher, Trimmer und Laubbläser beinhaltet. Genießen Sie die legendäre Leistung der Toro Produkte in Kombination mit dem Komfort der kabellosen Technologie zu jeder Jahreszeit. Ein Akku, vier Jahreszeiten, null Abgasemissionen, die FlexForce Produkte sind einfach zu starten, bediener- und wartungsfreundlich und bieten Ihnen Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit Ihrem leistungsstarken, bürstenlosen 60-Volt-Motor können Sie Ihren Garten ganz einfach ohne die Abgasemissionen durch benzinbetriebene Produkte pflegen. Genießen Sie die perfekte Handhabung mit diesen ergonomischen kabellosen Werkzeugen mit minimalem Geräuschpegel für maximalen Komfort. Optimieren Sie den Einsatz Ihrer FlexForce Geräte. Die austauschbaren Akkus können Sie problemlos von einem Gerät zum anderen wechseln. Ob kompakt, vielseitig oder leistungsstark, unabhängig von der Größe des zu pflegenden Bereichs, Sie werden immer den richtigen Akku für Ihre Bedürfnisse finden. Mit einer 3-Jahres-Garantie auf die Geräte inklusive Akku bietet Ihnen die FlexForce-Serie mehr Sicherheit. Entscheiden Sie sich vertrauenswoll für Easy Power. Millionen von Menschen weltweit vom Profi bis zum Hausbesitzer Vertrauen auf Toro-Geräte. Worauf warten Sie noch? Entdecken Sie alle 60-Volt-FlexForce-Produkte unter Toro.com. Toro – Count on it!